ARD Text im Auftrag von Funk 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 Da hinten auch ein Barrios, was? Lavery, glaube ich. Ich kann es dir jetzt genau sagen, es war einmal echt gut. Ich glaube, da war noch was. Du bist doch mal... AHHHHH! Natürlich, wer schießt denn da bitte noch? Ach so. Das war natürlich klug. Ich habe es nie gehört, aber ich dachte, es wäre Heban auf der einen Seite. Und da, wo Heban jetzt war, wäre eine andere. Kitchen-Büscher. Ein Blitz. Okay. Okay. Ablägt sie dann. Ähm. Oh, wann hat er? Das war meiner. Kann ich? Doch. Boah. Boah. Alter, wie scheiße war das denn? Okay. Also ich war der andere. Ich war der andere. Ja, ja. Schon klar. Aber was sind das für Gegner? Ähm. Ich habe. Nicht mal gezielt, ne? Ich was? Ich bin einfach nur schießend um die Ecke gelaufen. Oh jetzt ernsthaft, was hast du das wirklich getan? Ah. Kali! Boah. Ich, 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 also ich liebe Kali. Ist mir jetzt warten, oder? Ist okay, dann nicht. Nice. Schön. I love Kali Yeah, I like her She's not broken whatsoever though Oh no She's perfectly fine Not in the slightest Could be an elevator weapon Nein! Scheiße! Von Hausmeister aus Einer links Und einer beim Hausmeister Schade Ich hab grad nicht geimpft Wie geil ist das denn? Ich hab mal durch die Wand geschossen Wenn jemand injured Geil! Doof stand da so ganz unsgünstig Unsgünstig Kämen draußen Wie geil aus Seine Ecke umgebracht Seine Valcaroyer Kämen draußen Ist der bescheuert? Weiß ich nicht Oh wait Oh wait Okay ich warte Weiß ich nicht Warum hat er sich umgedreht? Weiß ich nicht Wenn's ihm doch gefällt Da wird nichts gecovert Da wird nichts gecovert Oh, das war ein Pinkel Leg ich einmal nach hinten in der Ecke Und ziehe auf den Diffuser Ja Oh, das Da defutzt was Neiser scheiße Ja 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 Habe ich auch erst später gesehen Er hat auch ein bisschen Glück Muss man sagen Wo ist diese verfickte Cam? In Open Area ist die Cavera Open Area können wir vergessen Da muss ich rein Area sagst du? Ja, da ist die Cavera dann Ohi Ich hab das gar nicht mal gesehen Hier ist eine Weile von vorne Irgendwo ist hier ne Cam, ja Vorsicht Egal, ich geh da jetzt rein Oh, da liegt was Ach, das ist tot Ich dachte das nicht Ich hab's kaputt gemacht Habe ich nicht mehr bekommen Ich hack mal, ne? Mach das Mal da auch für dich Valkyrie ist tot Guck mal, kämpf mal da raus Call Also Lobby gehört uns Leute Ah, weh, weh, weh Cavera Cavera Boom Drei Leute über Draußen Erwischt Kali ist einfach Drei gegen eins 50 Sekunden Jetzt oder nie Ist das eine Pistole? Ja Die gibt's im Cockpit Ich pisste auf die Gegner Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein Äh, ja Achso, das Du Hurensohn So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt Ja, Tanzverbot ist am Start Zauern Die Achterwanni geht so ab Ich tänze mit der Gänse Ähm Ähm Oh mein Gott Oh mein Gott Ja 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 Ja